Mein Name ist Peter Wiebe, ich bin der Dekan des Fachbereichs Online Plus. Mein Name ist Heiko Ksell, ich bin Prodekan für Studium Lehrer im Fachbereich Online Plus. Mein Name ist Gudrun Globaller und ich bin Prodekan in Forschung. Mit mir sehen Sie mein Dekanatsteam, mit dem wir gemeinsam Ihre Bildungsangebote gestalten. Hinter uns Lehrenden steht ein ganzes Team, die sich um ihre Belange kümmern. Zum einen unsere Study Coaches, die Sie bei den organisatorischen Fragen Ihres Studiums beraten. Zum zweiten die Damen des Prüfungsamts, die sich um die Organisation der Prüfungen und die Koordination der Prüfungen mit den Dozierenden und Ihnen kümmert. Und drittens unser Zulassungsteam, das Ihre Zulassungsvoraussetzungen überprüft. Wir sind der innovative, digitale Online-Fachbereich der Hochschule Fresenius. Vielen Dank. Vielen Dank.